Hallo und einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum Wetter am Montag bei wetter.net. Ja, wie sieht es bei euch zu Hause aus? Gab es da Eisregen? Gab es gefrierenden Regen? Gab es Schnee? Gibt es aktuell gefrierenden Regen oder Schnee? Hinterlasst doch gerne mal einen Kommentar unter unserem Wettervideo. Der große Winter ist vorbei. Er fand nun eine Woche statt. Vergangene Woche mit strengem Dauerfrost, mit viel Schnee. Doch nun taut Deutschland auf und zum Wochenende wird es wärmer und nächste Woche, die letzte Februarwoche, da kippt der Monat komplett. Es wird richtig warm werden mit flächendeckend 15 bis fast 20 Grad im Schatten wohlgemerkt. In der Sonne gefühlt auch noch etwas darüber. Und vielen Dank auch noch für dieses tolle Eisregenfoto. Das wurde aufgenommen von einer guten Woche im Sauerland von Christoph Last. Auch da gab es gefrierenden Regen. Der hat sich sehr schön niedergeschlagen. Hier an den Ästen. Ähnliche Bilder gab es auch heute bei dem gefrierenden Regen zu bewundern. Aber eben auch eine gefährliche Klette. Wir blicken auf den Strömungsfilm und müssen feststellen, der Winter ist eindeutig auf dem Rückzug vom Atlantik. Da strömt nun die milde Luft heran und die vertreibt das kalte Winterwetter aus Deutschland und Mitteleuropa. Es wird in den kommenden Tagen bei uns immer wärmer werden. Der Winter hat erstmal überhaupt keine Chance mehr. Heute Morgen gab es aus Westen gefrierenen Regen. Der Regen ging dann mehr und mehr in Schnee über. Heute Abend gibt es teilweise im Osten Schneefälle bis in tiefe Lagen. Dementsprechend auch glatte Straßen. Die nächsten Stunden bringen dann aber kaum noch Niederschläge. Der Blick auf die Ensemble-Vorhersage für den Westen Deutschlands bis zum 3. März. Und wir sehen selten diese einzelnen Modellläufe so eng beieinander. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass es so kommen wird. Es wird sehr mild werden. Vor allen Dingen ab dem Wochenende im Westen. Temperaturen bis zu 15, 16, teilweise 17 Grad. Und erst Anfang März, da erkennt man einen leichten Abwärtstrend. Da könnte es wieder kühler werden. Interessant ist auch, das Ganze verläuft ohne viel Niederschlag. Es bleibt weitgehend trocken. Nächste Woche oftmals ein Hoch. Das bringt viel Sonnenschein und eben wirklich klassisches Frühlingswetter. Und das Ende Februar. Das ist wirklich extrem. Wir schauen auf den Osten Deutschlands. Auch hier, da krabbeln wir ganz langsam erstmal aus dem Frost heraus. Und dann wird es auch immer wärmer ab dem Wochenende. Temperaturen um die 10 bis teilweise 15 Grad. Hier sind die Unsicherheiten aber etwas größer. Wahrscheinlich wird es zum Monatswechsel auch hier ein klein wenig kühler werden. Und auch dort im Osten gilt, es sind kaum Niederschlagssignale in Sicht. Hier mal aufsummiert die Niederschlagssummen bis zum 25. Februar. Und man sieht, das ist keine klassische Westwetterlage mit vielen Tiefs, viel Regen und Wind. Es fällt relativ wenig Niederschlag vom Himmel bis zum 25. Februar. Gerade mal 10 bis 15 Millimeter Niederschlag sind da möglich. Das ist nicht wirklich üppig. Es geht also insgesamt wieder relativ trocken weiter. Und hier noch die Temperaturabweichungen. Am kommenden Samstag in 1500 Metern Höhe. Hier ist Deutschland und wir sehen überall über West-, Mittel- und teilweise Osteuropa rote Farben. Es ist deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit bei uns. Und rund 8 bis 10 Grad zu warm. Wir gucken mal weiter auf nächste Woche Dienstag. Und dann wird diese Abweichung noch größer werden. Über Deutschland teilweise 12 bis 13 Grad zu hohe Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und das wirkt sich auch ganz unten aus. Da kommt so richtig der Frühling in Fahrt. Der Samstag bringt Tageshöchstwerte unten im Westen von bis zu 15, teilweise 17 Grad. Im Osten bleibt es noch ein bisschen kühler. Da hat sich diese Wärme jetzt nach den neuesten Berechnungen etwas verzögert. Und wir gucken auf den Sonntag dann im Westen bis zu 18 Grad. Vor allen Dingen hier am Niederrhein, aber auch am Oberrhein bis zu 15 Grad. In der Osthälfte bleibt es mit 9 bis 14 Grad, ein klein wenig kühler. Zum Montag aber insgesamt noch ein kleiner Wärmeschub. Dann komplett in der gesamten Westhälfte Temperaturen bis zu 18 Grad. Punktuell sind auch mal 19 oder 20 Grad nicht ganz ausgeschlossen. Und auch in der Osthälfte Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad. Ja und Dienstag nächste Woche dann stellenweise tatsächlich 20er mit dabei. Und das weit verbreitet nach aktuellem Stand von Westdeutschland bis nach Ostdeutschland. Aber auch im Norden und im Südosten 15, 16 Grad. Das ist natürlich eine komplette Kehrtwende zur vergangenen Wetterwoche. So viel Wärme Ende Februar hat man auch eher selten. Vor allen Dingen über einen so langen Zeitraum. Das sind die Höchsten, wenn nächste Woche Mittwoch dann auch noch 16, 17, 18 Grad. Teilweise hier am Niederrhein noch mal bis zu 20 Grad. Es könnte also die gesamte kommende Woche, beziehungsweise nächste Woche relativ warm bleiben. Also eine ungewöhnliche Wärme für die aktuelle Jahreszeit. Der Februar kippt komplett in die andere Richtung. Aber der Winter ist natürlich noch nicht vorbei. Da kommt ja noch der ganze März und auch im März kann es immer noch sehr, sehr winterlich werden. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich freue mich natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Abend. Tschüss und noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020